Schiedsrichter, direkt. Da sind wir bereit, Meister sind bereit und feucht! So, wenn die Eisernen Löwen jetzt gewinnen, dann haben sie den zweiten Platz sicher. Waffe gebraucht, muss er sich gleich eine neue holen. Kann nicht aktiv eingreifen wie den Kampf, darf aber angegriffen werden. Hat aber schon gleich eine neue Nebenswechsel wieder, lieber eine Erdwaffe. Ja, das ist dann... Italia! Da hat er sich bemerkbar gemacht. Angeklopft, nochmal angeklopft. Super Aktion, fast nicht, das war aber Ransorge. Sehr schön. Jetzt sind wir frei. Und die Löwen haben sie. Jawoll!